Belastungen. Windlasten generieren. Mit dem Windlastgenerierer kann mit nur wenigen Arbeitsschritten die korrekte Windlast nach Eurocode auf ein dreidimensionales Gebäude angesetzt werden. Nach Festlegung des nationalen Anhangs können die Windzone und Geländekategorie für den Gebäudestandort definiert werden. Genau wie das Messen der Gebäudehöhe, kann das Abgreifen der äußeren Gebäudekubatur bequem mittels der PIK-Funktion erfolgen. Abschließend werden die Lastfälle angegeben, denen die erzeugten Windlasten zugeordnet werden sollen. Die Ermittlung der Windbereiche und verschiedenen Außendruckbeiwerte erfolgt somit automatisch.